Man kann sie schon hören. Vielleicht werden sie kommen. Achtung. Ich weiß gar nicht, wie ich zuerst hinführen soll. Oh ja, das war ein mega, mega Geschnatter. Und das war echt schon von Weitem zu hören. Sodass ich dachte, okay, alles stillen und liegen lassen. Ich habe schnell das Handy geholt und das einfach wirklich mal festhalten. Weil das war echt Wahnsinn. Also es war wirklich Wahnsinn. Tja, leider haben sie mich nicht mitgenommen, sondern hier zurückgelassen. In der Kälte und bei ganz, ganz viel Arbeit. Wie man ja zeitlich merkt. Ist so schön ins Warme und ein Urlaub, das wäre jetzt schon was. Aber was soll's? Was gemacht werden muss, muss eben gemacht werden. Richtig? In diesem Sinne, ihr Lieben, euch allen einen wunderschönen guten Morgen und einen tollen Start in den Tag. Und da seht ihr immer wiederhoben. Aber ohne Pinzelt nicht über Sunday ab. Aber zeigt euch nicht mehr. Vielen Dank.